Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Autostaubsauger aus dem Hause Cable Trance. Wenn du noch unsicher bist, ob dieser Handstaubsauger für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Autostaubsauger werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, wenn das Auto ein bisschen dreckig geworden ist, das kann zum Beispiel durch Kekskrümel sein oder was auch immer, ja, gibt es natürlich viele Gründe, dann ist das manchmal gar nicht so leicht zu säubern, ja. Das ist ziemlich nervig häufig und so ein kleiner handlicher Autostaubsauger kann da wirklich einen großen Unterschied machen, zumal er preislich, wie ich finde, auch günstig ist, ja. Das muss natürlich jeder selber einschätzen, ja, ganz klar. Es gibt sehr viele dieser Handstaubsauger auf dem Markt. Also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welcher am besten zu dir passt. Er hat einen 120 Watt Motor, ein 5 Meter Kabel, ja, das ist natürlich auch durchaus praktisch, ja, damit man da auch ein bisschen Spielraum hat. Ergonomisches Design ist schnell und bequem, das ist natürlich praktisch. Generell wirkt das auf mich wie ein nützliches Zubehör für das Auto, ja, wie bereits gesagt, ein Auto sauber zu machen. Ob das jetzt Tierhaare sind, ob das Sand ist, Speisereste, Schmutz, was auch immer. Gerade wenn man Kekse oder Chips im Auto konsumiert, ja, dann können da auch durchaus mal ein paar Krümel hin und her fallen, ja. Oder wenn man ein Tier im Auto transportiert, kann da auch einiges an Tierhaaren vorzufinden sein. Da ist so ein kleiner handlicher Autostaubsauger einfach eine praktische Reinigungshilfe, ja, um diesen Schmutz unkompliziert zu entfernen. Preislich bin ich der Ansicht, dass sich so ein Autostaubsauger durchaus sehen lassen kann, im Hinblick auf die Funktionalität, ja, muss aber wirklich jeder selber einschätzen, ja, ganz klar. Ich persönlich würde das Angebot hier vom Cable Trance Handstaubsauger als fair bezeichnen. Das Amazon-Angebot dazu verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte. Alles Gute und...